Pastorin sein und offen lesbisch? Was im Westen langsam an Akzeptanz gewinnt, ist in Taiwans Kirchen noch eine große Seltenheit. Trotzdem hat sich Chen Xiao'en für den Weg ins theologische Seminar der presbyterianischen Kirche entschieden, nicht ohne Hindernisse. Die Priesterin in der Ausbildung hat uns letzte Woche bereits die Tongguang-Kirche, eine kleine LGBT-Kirchengemeinde in Taipei, vorgestellt. In dieser und der nächsten Sendung spricht sie von ihrem Weg als Heranwachsende in einer christlichen Kirche und ihren Erfahrungen als offen queere Frau in Taiwans Kirche. Ich bin 1980 geboren. Als ich klein war, hat die Kirche eigentlich nicht über Homosexualität gesprochen. Das fing in Taiwan erst 2010 an, dass die Kirchen das zum Thema machten. 2011 fingen die Kirchen an, nach der Einführung der geschlechtergerechten Bildung, Druck auf die Regierung zu machen. Sie nannten sich Allianz der echten Liebe, Chen Ai Liem Mong. Ende 2012 gab es die ersten Gesetzesentwürfe für eine Pluralisierung der Familie. Die damalige Partnerunion Ban Liem Mong hat drei Gesetzesentwürfe vorangetrieben, darunter den Entwurf für gleichgeschlechtliche Ehe. Damals fingen die Kirchen dann an, eine Gegenfront aufzubauen. Am 30. November 2013 haben sich Kirchengemeinden aller Denominationen aus ganz Taiwan vor der Chiang Kai-shek-Gedenkhalle versammelt. Das waren 200.000 bis 300.000 Menschen. Die Atmosphäre war vergleichbar mit dem Referendum 2018. Damals hörtest du in der Kirche oft negative Dinge zur Homosexualität. Davor hatten die Kirchen nicht darüber gesprochen. Es wurde höchstens hinter dem Rücken besprochen, nicht öffentlich. Deswegen hatten die Leute aus meiner Generation noch einige Freiräume. Aber weil ich von klein auf in der Kirche aufgewachsen war, hatte die Kirche immer ein Auge auf mich. Wir haben uns jeden Sonntag versammelt und wenn ich einmal nicht da war, dann wurde ich in der nächsten Woche gefragt, wo ich war. Oder sie fragen vielleicht meine Eltern. Als Studentin fing ich dann an, mich langsam aus der Kirche zu verabschieden. Die Gemeindemitglieder haben Ausreden für mich gefunden, wenn ich nicht mehr zu den Treffen gekommen bin. Zum Beispiel, du hast so viel Arbeit oder du musst so fleißig lernen. Deswegen musste ich mir keine Sorgen machen. Als Chen Xiaoyan mit Mitte 20 entschließt, mit ihrer sexuellen Orientierung offen umzugehen, führt sie ihr Weg dennoch nicht raus aus der Kirche. Stattdessen tritt sie ein in Taiwans einzige LGBT-Kirche, die Tongguang-Kirche in Taipei. 2009 bis 2014 arbeitet sie dort als hauptamtliche Verwalterin und tritt bei Aktionen der LGBT-Bewegung als Sprecherin für die Kirche auf. Und sie bekommt aus erster Hand mit, welche Schmerzen die homophobe Haltung der Mainstream-Kirchen bei schwulen und lesbischen Gläubigen verursacht. In den fünf Jahren, die ich bei Tongguang gearbeitet habe, habe ich viele Anrufe und Briefe erhalten, ungefähr zwei pro Woche. Insgesamt hatte ich mindestens mit tausend Menschen zu tun. Es waren immer Geschichten der Ablehnung. Manche waren Freiwillige in der Kirche, denen ihre Rolle entzogen wurde, nachdem sie sich geoutet hatten. Anderen wurde gesagt, LGBT zu sein, sei falsch. Das finde ich schlimm. Wie kann man jemanden ablehnen, der sein Leben mit Gott verbringen möchte? Aber ich kann verstehen, warum die Kirche die LGBT-Community nicht versteht. In meiner Masterarbeit habe ich kirchliche Zeitschriften und Publikationen dahingehend analysiert, wie sie über Homosexualität schreiben. Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, nachdem ich festgestellt hatte, dass viele Christinnen und Christen in Taiwan konventionelle Medien nicht konsumieren, nur kirchliche Medien. Ich habe Publikationen bis 2018 untersucht und festgestellt, dass sie inhaltlich noch in den Vorurteilen der 70er und 80er Jahre verhaftet sind. Aids, Promiskuität, emotionale Instabilität werden den Zorn des Himmels erfahren und so weiter. So blicken die Christen auf Homosexuelle. Dazu kommen sogenannte Bekenntnisse in den Zeitschriften, in denen Menschen erzählen, dass sie homosexuell gewesen sind, weil sie aus einem schlechten Elternhaus kämen oder in einer schlechten Beziehung gewesen wären. Dann hätte Jesus sie gerettet und sie hätten jetzt das perfekte Familienleben. Das ist das Einzige, was Christen über LGBT-Personen wissen. Gott kann sie angeblich heilen. Ein anderes Bild von Homosexuellen haben sie nicht. Da wird sich niemand freiwillig outen und ihnen sagen, guck, ich bin gar nicht so und ich wünsche mir, dass ihr mir den Segen für meine Hochzeit gebt. Das wird nicht passieren. Als ich mich der deutschen Missionarin gegenüber geoutet habe, die mich in meiner Kirche großgezogen hat, hat sie zu mir gesagt, du bist doch so ein gutes Mädchen, so eine gute Christin. Deine Eltern sind gute Christin. Wie kann es sein, dass du lesbisch bist? Das bist du doch nicht. Sie sagte, dass ich ihr leidtue. Sie dachte wirklich, dass ich in die Hölle komme. Solche Christinnen gibt es sehr viele. Christinnen sind in Taiwan eine kleine Minderheit. Insgesamt ca. 3-4% der Gesamtbevölkerung. Weil die Religion in Taiwan nicht zum Mainstream gehört, werden viele Gemeinden weiterhin von ausländischen Missionarinnen und Missionaren betreut. Die große Welle der christlichen Mission kam in Taiwan zwischen 1950 und 1970 an und vielerorts fehlt der junge Nachwuchs. Für Chen Xiaoyan ist das eine Erklärung, warum die Kirchen in Taiwan teils noch in der Weltanschauung der 70er und 80er Jahre verankert sind. Die deutsche Missionarin, Schwester Barbara, die Chen Xiaoyan als Kind sehr geschätzt hat, war selbst 1933 geboren. Sie ist inzwischen verstorben. Inzwischen studiert Chen Xiaoyan am Theologischen Seminar in Tainan. Sie will selbst Pastorin werden, um eine der vielen leeren Stellen in Taiwans Pfarreien zu füllen. Dabei hält sie in ihrem Bibelverständnis fest, das keinen Widerspruch zwischen gleichgeschlechtlicher Liebe und christlichem Glauben sieht. In der Bibel gibt es viele Beispiele von unkonventionellen Familien. Jesus hatte auch zwei Väter. Seine Mutter war nicht verheiratet, als sie schwanger wurde. Aber er hatte auch eine gute Kindheit. In der Bibel gibt es viele Geschichten von Menschen, die von ihrer Gemeinschaft ausgeschlossen worden waren und dann zu einer wichtigen Person in Gottes Plan wurden. Wir können uns in diesen Figuren widerspiegeln. Ich finde, wenn man sich als queere Person mit der Bibel wirklich auseinandersetzt, kann man viele neue Interpretationen herauslesen. Es ist egal, wie eine Familie aussieht. Solange sie liebevoll ist, wird sie Gottes Segen erhalten. Dafür gibt es viele Beispiele in der Bibel. Wenn wir mit diesem Verständnis auf uns selbst blicken, werden wir sehen, dass es egal ist, was wir sind. Solange wir entsprechend unserer eigenen Wahrheit gute Menschen sind, können wir Gottes Segen erhalten. Gut ist in Gottes Augen sehr vielfältig. Chen Xiaoyen weiß, dass nicht alle ChristInnen in Taiwan ihre Ansicht teilen. Neben konservativen, homophoben Stimmen in der Kirchenhierarchie wird es auch immer wieder Gläubige geben, die die offen lesbische, zukünftige Pastorin nicht akzeptieren. Dazu sagt Chen Xiaoyen. Auch in der Gemeinschaft, die ich betreue, gibt es Menschen, für die das Thema nicht okay ist. Die muss ich trotzdem lieben. Gott hat mir die Kraft dazu gegeben. So, es ist egal, es ist auch nicht egal, es ist ein Thema für unseres Gebet. Ich bin ein bisschen freiwillig.